Im ersten Teil wurde ja so ein bisschen erklärt, wie die Welt funktioniert, die Veronica Roth sich da ausgedacht hat. Und jetzt werden natürlich die Charaktere ein bisschen vertieft. Und ich habe mich eben gerade leider geirrt, also unser Hashtag auf Twitter ist nicht Insurgent Premiere, sondern Insurgent Berlin. Aber ich möchte immer noch gerne Fragen von euch haben und freue mich drauf, wenn ihr welche habt für unsere Stargäste, die sicherlich gleich auch kommen werden, um Autogramme zu schreiben und vor allen Dingen natürlich Selfies zu machen. Aber kommen wir vielleicht mal zum Cast, der wirklich beeindruckend ist, denn Kate Winslet ist natürlich dabei. Das ist ihr erstes Signal. Die Ken, die Kandor und die Altruan. Boah, Rock'n'Roll. Also wie viele Tickets brauchst du? Wie viele? Vier. Okay, warte mal. Also ich habe ja auf jeden Fall schon mal zwei Tickets und zwei Bänder, die müsst ihr zusammen benutzen, sonst kommt ihr da nicht rein. Und ich besorge nochmal für deine beiden Freundinnen ebenfalls nochmal zwei weitere Tickets. Warte mal, ich muss noch einmal ganz kurz kommen. So, ich brauche nochmal zwei Tickets und zwei Bänder, bitte. Du bist die Chefin. Du bist die Chefin. Du bist die Chefin.